Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus dem Rotsteinpark, zusammen mit Josef hier bei uns bei der Minigolfanlage. Wie es mittlerweile schon fast Tradition hat, soll die Folge heute damit losgehen, dass das epische Duell gut gegen böse, nett gegen sehr freundlich antritt und wir hier die erste Runde Minigolf spielen. Es hat sich ein bisschen was getan, Josef hat die Map beim letzten Mal fertig gebaut. Ich glaube, alles ist soweit fertig, ne Josef? Ja, sollte gut sein. Wir starten mal. Wir gehen jetzt mal rüber. Wir hatten es ja beim letzten Mal gesehen. Wie nennen wir es? Inselparadies oder was auch immer, tropische Insel. Palm Beach. Palm Beach ist fertig geworden und Josef, ich würde sagen, ich fange mal an, oder? Ja, Mann. Sehr gut, ich kann mit dem Teil nicht interagieren. Ja, das ist gut, aber ohne Golfschläge und Buch, aha. Okay, gut. Ist Klicken oder Halten die bessere Methode? Das musst du für dich rausfinden, aber Klicken kannst halt mehr Kraft drauf bringen, weil du häufiger drückst als beim Halten. Okay, dann starten wir jetzt mal. Ja, okay. Ja. Ich kriege das gar nicht so schnell geklickt hin, muss ich sagen. Das ist... Du musst schnell klicken. Ja, ich... Aber übertreib jetzt nicht. So. Ui, das sind saubere zwei Schläge, Janus. Das ist schon mal ganz gut, ein Pair oder wie nennt sich das? Ja, glaube ich. Keine Ahnung, ich kenne die Bezeichnung da nicht. Bahn 5, zwei Schläge. Okay, dann ist jetzt der Josef dran hier im Duell. Okay. Schauen wir mal, was wir können. Dann schauen wir mal, was der Josef für kann. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Wie kriegst du das mit so viel Kraft hin? Hat der einen Autoklicker drauf? Nein, ich drücke einfach häufiger. Okay. Auch zwei Schläge. Okay, okay. Sieht gut aus. Gut, 2-2. Willst du starten oder soll ich starten? Du darfst starten. Immer derjenige, der zurückliegt. Und ansonsten wechselt man sich. Okay, dann mache ich einfach jetzt mal hier einfach mal so frech. Josef hat hier schon überall gute Strategien. Dann lasst mich jetzt mal hier probieren. Ihr hört es, meine Maus klickert. Ah, ich glaube zu sehr ins Sand. Ach, schade. Irgendwo hängen geblieben. Okay, dann muss ich jetzt mal schauen. Kriegen wir es direkt darüber? Ne, der Sand bremst schon ab. Ich würde es mal nicht in zwei Schlägen versuchen, sondern hier in drei. Okay. Aber guck mal, das ist meine maximale Kraft. Du schaffst ja über das ganze Spielfeld, oder? Ja, du musst halt schneller klicken. Ich klicke super schnell. Okay, drei Schläge. Ist okay, ist okay. Ich bin halbwegs zufrieden damit. Dann ist jetzt der Josef dran. Drei Schläge ist ein ordentliches Ergebnis, definitiv. Sekunde, mein. Jetzt geht es hier bestimmt gleich weiter. Direkt hier mit einem mehr als hole in one. Wenn der Josef hier mal ... Jetzt bin ich dran. Warte, zack. Wir haben weiter hier. Zack, die nächsten mal drauf. Dann versuche ich mal mein Glück, okay? Sieht mit der Beleuchtung auch gut aus, muss ich sagen. So hier auf der Insel. Sehr stimmungsvoll, muss ich sagen. Ready? Okay. Ja. Oh, habe ich schlecht gespielt. Auch hängen geblieben an dem Busch. Oh, ich bin richtig schlecht gespielt. Eigentlich sollte das ein hole in one werden. Okay. Da hat der Josef die Position schon gewusst. Okay, jetzt ist er ein in Führung. Jetzt bin ich ein stark in Führung. Ist das die nächste Bahn, Josef, oder die mit Sand? Das ist die nächste Bahn. Okay. Ich bin noch nicht tituliert. Ich muss noch ein Schild dran packen. Ja, dann machen wir das gleich nochmal. Hier ist es ein bisschen tricky. Wir müssen halt genau jetzt die Öffnung so erwischen. Also bei der Bahn ist ein hole in one möglich. Ich habe es tatsächlich herausgefunden. Es geht. Okay, das war jetzt ein bisschen unlucky. Schlecht. Guck mal, ich habe den nicht geschlagen. Ja, das ist ein kleiner Bug, der noch ill. Das ist, wenn man hier auf einer Halfslap steht, ne? Ja, du kannst aber, Janus, fairerweise einmal das Buch rausnehmen und wieder neu reinmachen. Dann startet die Runde neu. Okay. Also dann wird die Runde komplett, die zählt nicht, man kann die Runde komplett neu starten. Okay, okay. So, jetzt ist die Runde komplett neu gestartet. Also man sollte nicht auf Halfslap stehen? Ne. Man sollte immer dicht dran stehen beim Ball und nicht den Ball verlassen, während er spielt. Okay, okay. Das ist ein guter Tipp. Ja. Jetzt ist der Ball schon mal drin. Es kann sein. Ja, genau, dass er halt wieder rauskommt aus dem Loch. Ja, okay. Das ist schon wieder meine eigene Schuld. Ich glaube, ich... Oh, das war, glaube ich, ich jetzt, als ich da vorbeigelaufen bin. Egal, machen wir mal. Okay, wir probieren es nochmal. Ihr seht, es sind... Wir müssen hier noch einen Weg hochbauen, dass man leichter hier hochkommt, ne? Ja. Mal gucken, ob wir es so rumschaffen. Ich sollte mal vom Halfslap runterstehen. Also das ist wirklich, wirklich gefährlich. Och, Janus. Ja, nein. Ich kann mir an den Rand spielen. Ey, ich habe schon wieder nicht geschlagen. Das Teil ist böse. Das Teil ist böse. Ja, eventuell muss ich dann nochmal das neu coden. Ja, okay. Es ist ein bisschen zu aggressiv, weil wir arbeiten halt viel mit Slaps. Ich schlage jetzt mal hier mit voller Wucht da gegen den Rand, okay? Ja, ja, ja. In den Rand musst du spielen. Du musst so ein bisschen an den Rand spielen. Aber so wird er zurückkommen. Dann spiele ich lieber da an den Rand. Oh. Ja, lass uns das jetzt nochmal hier probieren. Okay. So, jetzt... Das sieht besser aus. Nee. Kommt er jetzt wieder zurück? Hä? Ja. Das habe ich gar nicht... Ja, ich glaube, Janus, dass der nochmal... Also, das Problem ist, wenn du einen Klick machst, während du noch nicht da bist. Ach, keine Ahnung. Vielleicht hat es auch was mit... Ja, es kann... Fehler sind auch drin. Okay. Aber es ist ja auch ein Work in Progress. Ist ja alles gut. Kommen wir... Das ist noch nicht die finale Golf Engine. Ich glaube, ich werde es nochmal komplett neu coden. Ja, siehst du schon wieder der Fehler. Ja, ohne dass ich jetzt was gemacht habe. Okay. Okay. Wir nehmen uns jetzt nochmal raus. Dann drück mal bitte nicht weiter, nachdem du das Buch geschlossen hast. Also, drück mal so... Hör, bevor der Kreis geschlossen ist, aufhören zu klicken. Okay, bevor er... Das... Okay, aber... Ja, jetzt schlägt er aber nicht nochmal. Das ist neu. Das ist okay. Josef, das ist okay. Ja. Das müsste gehen. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier irgendwo durchkommt. Oder kommt... Oh. Ziemlich viel Pech heute, ne? Ja, hier. Nein. Ah. Ein Drama. Ein Drama hier. Ein Drama in vier Akten, wirklich. Oh, und? Oh, kommt er durch? Kommt er durch? Ach, komm. Gott, Janus. Was machst du falsch? Ach. Spiel doch mal ein bisschen. Spiel jetzt mal spielen auf die Kante hier. Den habe ich jetzt nicht geschlagen, aber... Okay, ich nehme es dir nochmal raus. Soll ich mal machen? Ich mache. Ja, mach du mal vor, Josef. Mach du mal vor. Ja, jetzt zeige ich mal, wie das richtig geht, okay? Ich höre schon in meinem Kopf den ganzen Tag den Schlechtzaun. Ich habe nichts gesagt. Hä? Warum? Okay. Ah, kommt es wieder oder nicht? Werden wir sehen. Kommt es wieder oder nicht? Irgendwo bitte rauskommen. Ich glaube, der wird dir jetzt für immer drinne schleudern. Nein, der wird direkt mal rauskommen. Oh, Mann. Es darf nicht möglich sein. Warte mal. Hä? Äh. Äh. Die Bewegungsmuster sehen doch sehr repetitiv aus. Okay. Ja. Nein. Oh, no. Oh, no. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Nimm es noch mal raus, Josef. Es ist möglich. Ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich so schwer ist. Okay, jetzt aber, Josef. Jetzt aber. Okay, ich bin gespannt. Ja, hier fein durchgestochert. Kommt er raus? Oh, Gott. Was ist denn los? Nein, was ist heute los, Janus? Machst du hier den Ayosa oder was? Es geht. Machst du hier den Ayosa? Nein, es müsste gehen. Hä, warum geht das nicht? Oh, nein. Alter, was hat der Ball gegen mich? Hast du irgendwas hier verändert? Nein, ich habe nichts verändert. Wir hatten es vorhin auch schon einmal vor der Aufnahme hier einmal probiert. Da hat es perfekt geklappt. Das ist ja direkt beim ersten Mal auch auf der anderen Seite rausgekommen. Ich glaube, wir spielen zu viel mit Taktik. Einfach rein ins Loch und fertig. So, zack. Oh, Gott, nee. Entschuldigung. Oh, Mann. Jetzt aber einfach rein da. So. Nein. Oh, Gott, nee. Geh weg hier. Rein da, rein da, rein da. Ah. Okay. Es geht. Es geht, Janus. Es geht wirklich. Wir stellen uns hier an, wie wir die kleinen Kinder beim ersten Mal Minigolf spielen. Es kann nicht. Es müsste möglich sein. Warum geht das plötzlich nicht mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Nach einmal darfst du zurücksetzen, Josef. Dann versuchen wir es jetzt irgendwie nochmal hinzukriegen. Gut. Also, ihr seht, Leute, wir leben hier am Limit und wir stellen uns hier gerade wahrscheinlich sehr, sehr doof an. Ja, der sollte durchgehen. Warten wir, warten wir. Ja. Endlich. Gut. Jetzt in zwei Schlägen. Sehr, sehr gut. So. Ah, Gott, ey. Ja, jetzt hat der Josef natürlich genauso viel Glück gehabt. Ein Trauerspiel, Leute. Ein Trauerspiel. Uh. Mit Ruhe. Mit Ruhe. Okay. Ja. Ja. Okay. Jetzt geht es hier weiter. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall noch... So schnell, Janus. Dann werden wir auf jeden Fall noch... Nein. Und wieder zurück. Nee, nee, nee. Das passt schon. Da. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall, wollte ich sagen, mindestens noch einen Schlag brauchen für. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich den hinten überhaupt berühren? Ja, klar. Das ist egal. Ja, ja, klar. Du kannst... Du musst ja nicht auf den Kreis... Du musst auf... Also, du musst auf den weißen Kreis schlagen. Auch vorne? Ist egal, wo du hinschlägst. Du kannst auch in die Luft schlagen mit dem Schläger. Okay. Ich kriege den Winkel. Ah! Mein Zielwasser hier mit den Half Slabs. Tja. Okay, er zählt jetzt hier vorne nicht. Er klickt mal irgendwo, guck nach woanders, nur guck nach vorne, gerade außen, klicke. Ach so, das geht auch. Ja. Okay, auch zwei Schläge. Uff. Das war... Das war... Das war jetzt hier wirklich mal ein Akt. Okay. Josef ist noch eine... Eine in Führung. Jetzt mache ich die Bahn. Die mache ich an. Okay. Jetzt... Oh. Oh, warte. Warte, 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 warte. Ach! Das ist doch... Das ist doch gemogelt. Das ist doch gemogelt. Das ist nicht gemogelt. Das zählt. Da hat der Josef schon gewonnen. Ja, Mann. Da hat der Josef schon gewonnen. Oh, Janus. Nein. Oh, knapp. Das Ziel hat fehlt. Ansonsten war es super. Warte, ich muss... Das wäre ein Hole in One gewesen. Genauso wie meinst du. Ja, warte, 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 warte. Geh doch weiter zurück vom Ball. Ach so, ich... Ah, warte mal. Jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen hier positionieren. Okay, perfekt. Aber ist okay. Warte. Ja, klar. Josef war jetzt zwei Schläge besser als ich. Insgesamt in der ersten Runde, muss man sagen. Aber ist ganz gut, Josef. Ich hatte jetzt... Ja, zwei, drei, zwei, zwei. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Das ist wirklich ordentlich. Janus, ich würde mich heute ein bisschen um die Golf-Engine kümmern. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die nächste Insel machen von den Bahnen her. Würde ich machen. Ich speichere jetzt mal eben alles ab. Achtung. Genau, wir machen eine größere. Ich bestätige, dass jetzt diese Insel als Zweierinsel gespeichert ist. Und wir kümmern uns jetzt um Golf-Insel 3, okay? Warte, mach vorher bitte nochmal die Einser. Ich würde kurz den Übergang einmal machen, damit wir das auch da haben. Das ist die Einser. Gut, dann lass die nochmal bitte geladen. Weil da mache ich jetzt kurz den Übergang. Und wir sehen uns dann gleich auf der dritten Insel nach diesem doch sehr chaotischen Start wieder. Dritte Stage, beziehungsweise die dritte Insel wird ganz im dunklen Stil gebaut werden. Wir haben angefangen. Die erste Stage ist schon fertig. Und zwar ist das eine Fall-Down-Stage, die so ein bisschen was mit Glück und ob ihr die Redstone Road, beziehungsweise den Rotstein Park kennt, zu tun hat. Und zwar wird diese so aufgebaut sein, dass wir hier eine dunkle Festung in der Mitte haben, die mit einem Lavasee umgeben ist. Dazu gleich mehr. Und zur ersten Stage geht man hier vorne in den Turm rein und wir sehen schon, ha, hier ist der Boden der Bahn. Das heißt, hier hat das wohl irgendwas zu tun und hier ist das Ziel. Sehr komisch das alles. Man kann hier theoretisch dann nach oben teleportiert werden. Das muss der Josef dann noch setzen und dann kommt man hier oben hin, der Ball spawnt auf eine der vier Ecken und man muss sich entscheiden, wo man hinspielt. Je nachdem, welches Loch man nimmt, fällt man entweder hier in die Lava, da wird der Ball automatisch aussortiert. Das ist zumindest die Idee. Oder man hat eine 50-50 Chance, dass man hier unten landet. Sobald man hier angekommen ist, wir gucken mal, ob wir das noch eventuell mit dem Command-Block zufällig machen können, wo sozusagen die Lava ist. Landet man dann hier, muss sich wieder entscheiden, wo man lang möchte, fällt dann hier rein und auf einer der vier Seiten ist dann entsprechend das Ziel, beziehungsweise hier der Ein-Loch-Bereich. Und auch dieser soll sich an alle vier Seiten zufällig ändern, sodass wir hier eine ganz spannende Bahn haben, die gut funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass der Zufall von Runde zu Runde unterschiedlich ist, nicht sich hier die ganze Zeit im Kreis dreht, weil sonst passiert es natürlich auch irgendwann automatisch, dass hier der Ball dann entsprechend im Loch landet. Das ist die erste Stage, ist ganz lustig, ist glaube ich ein bisschen zufällig, ist aber auch nicht schlimm, wenn das mal so mit drin ist. Und hier geht es jetzt mit dem Lavasee weiter. Wir wollen jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen auf dieser Ebene, die nächste Ebene wird dann die Umrandung mit so einer Art Burgmauer werden, die hier drauf kommt. Wollen wir jetzt hingehen und eine Art Lavasee bauen, der hier entlang geht. Und das Ziel ist es, dass man jetzt den Ball möglichst gut kontrollieren muss. Das ist, das ist ganz, eher eine Geschicklichkeitsherausforderung als eine, ja, andere Herausforderung. Wir sagen jetzt einfach mal ganz spontan, wir setzen den Start hier vorne hin und dann nehmen wir uns Glas. Auf Glas sollte das Ganze auch funktionieren. Ist natürlich jetzt bei uns hier ein bisschen mit Absicht, dass wir das hier machen können. Und zwar, ja, ich glaube wie ein rotes Glas bei der Lava sieht am besten aus und das ist dann sozusagen das erste Hindernis. Man muss den Ball so spielen, dass man hier über den Weg drüber kommt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier ein Stück gerade und sobald man dann hier gerade angekommen ist, muss man schräg spielen. Das heißt, man muss genau die Kraft bestimmen, dass der Ball hier vorne landet und dann schräg hier rüber spielen, sodass man dann hier hinten rauskommt. Von hier können wir jetzt nochmal gerade gehen. Das heißt, es wird eine Runde, wo man zwar viele Schläge bekommt, aber es ist so, dass es dadurch durchaus tricky wird. So, jetzt machen wir sie so schräg. Ja, wir machen es so, dass es ein bisschen fairer. Die Eckigen sind einfacher, da braucht man dann nicht so viele Schläge. Aber ihr könnt es euch vorstellen, man muss hier wirklich ein gutes Feingefühl haben und dann hier durchkommen. Das bauen wir jetzt einmal über die Lava. Zwischendrin machen wir nochmal mit Knochen, das wurde sich gewünscht, hier so kleine Seen, die aus der Lava rauskommen. Und wir machen die Stage so, dass ihr hier einmal in den Lang führt und dann hier ankommt. Eine dritte Stage soll es auch noch geben, dazu gleich nach dem Cut dann. Oh, oh Leute, wir haben es gerade gehört, Josef hat es hier gerade kurz vor der Aufnahme gesagt. Wir haben anscheinend, wie war das, Josef, die mieseste Golfbahn? Das ist die mieseste Golfbahn, die jemals ein Mensch das Pech haben könnte zu spielen. Also, ja, ihr habt es vorhin gesehen, wir haben gesagt, wir wollen eine Bahn bauen, die hier über die Lava geht. Josef sagt, die ist etwas schwer. Ich weiß nicht, ob ich dem was entgegenzusetzen habe oder nicht. An die Leute bei Janus, die gerade das Video gucken, lasst euch nichts spoilern, guckt nicht weiter. Schreibt mal jetzt an dieser Stelle die Kommentare, ob ihr glaubt, erstens, dass Janus mit dem ersten Schlag den Ball sofort in die Lava semmelt. Und zweitens, ob es Janus schafft, in weniger als 15 Schlägen diese Strecke zu absolvieren. Genau, wir haben eine Wette laufen, wenn ich das in 15 oder leider gleich 15 Schlägen schaffe, dann gibt es einen Supersticker bei YouTube. Jetzt schauen wir mal. Also, ich glaube, 11 Schläge ist das, was man schaffen könnte, theoretisch. Schauen wir mal. Hier kommt der erste Schlag. Okay, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Geht hier die Lava, Janus? Hey, es passiert gar nicht. Achso. Warum zeige ich dir nach hinten? Willst du mich veräppeln? Der muss hinter dem Ball stehen. Wir müssen nach oben gucken oder irgendwo hingucken. Okay, das zählt nicht. Ich habe das Teil nicht gesehen. Ja. Mach doch mal. Ich zähle es nicht als Schlag, aber ich habe eine Wette gewonnen. Okay, also die erste Wette hat er schon mal gewonnen. Okay, los geht's. Das muss ich dir wirklich zeigen. Warum schlägt er denn nicht? Ja, du darfst nicht auf den Ball gucken. Du musst auf den Rand gucken. Okay. Und dann da rechts gehen machen. Okay. Eins. Ja, Josef, mach mal deinen Lautsprecher. Ja, ja, das habe ich. Okay. Warte mal. Okay. Bye. Komm, wir gehen den Weg, Leute. Oh, ist das schwer zu aimen? Ist das schwer zu aimen? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 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 drei. Drei. Okay. Uh. Das Problem ist, wenn der Ball runterfällt, ist er weg. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Genau. Ich muss mal gerade warten, bis der Kreis hier durchläuft. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Alter, Falter, das ist spannend. Fünf. Okay, das war zu schwach. Das muss ich mal... Dieses Tatsch ist allgemein gefährlich. Alter, hab ich geschlagen oder nicht? Man könnte überlegen, Janus. Ja? Ja, geh mal weg von dem Ball. Geh mal weg, ganz weit weg. Du hast die Golf-Engine gerade ein bisschen was gemacht. Geh weiter weg, weiter weg. Okay, warte mal, warte mal. Oh, ich weiß, wo du da fielst. Oh Gott, nein, 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 nein. Kann ich jetzt überhaupt weitermachen? Jetzt kannst du weiterschlagen. Okay. Okay, okay, okay. Was war das jetzt? War das sechs? Nein, das war fünf. Glaube ich. Fünf, oder, Leute? Das war sechs. Nein, das war fünf. Das müsste fünf gewesen sein. Das war sechs. Schreib doch in den Chat gerade. Okay, okay. Der Chat weiß das wohl. Sieben. Ohohohoho. Warte. Ich glaube, für diese Strecke gibt es ein Handicap, damit man die Strecke schaffen kann. Acht. Okay, Leute. Okay, okay, okay. Die Spannung steigt. Warte mal, ich muss hier noch ein bisschen Zielen üben. Neun. Okay. Alter, Alter, die Spannung steigt, ey. Die Spannung steigt. Ich muss mal kurz warten, bis der Kreis zählt. Warum hat er nicht geschlagen? Warte mal. Man muss wieder weggehen vom Kreis manchmal. Das ist noch die alte Golf-Engine, die wird gerade erneuert. Genau, also Josef macht es gerade an der neuen Engine. Das seht ihr bei ihm in der Folge, nicht wundern. Okay. Das ist dein zehter Schlag. Warte, er steckt auch gar nicht mal. Auf den Kreis musst du rechts gehen. Zehn. Okay. Elf. Zwölf. 13. Okay, Leute. Jetzt steigt die Spannung. Wie war das mit dem Kreis? Auf den Kreis klicken. Auf den Kreis klicken. Okay, warte, ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ich zittere schon. Ich zittere schon. Du hast noch zwei Schläge. Du hast noch zwei Schläge, Janus. Echt? Ja. Okay. Das ist jetzt mein 14er, ne? Ja, das ist dein 14er Schlag. Und du hast den Ball tatsächlich eingelopft. Ja. Okay. Anspannung. Anspannung. GG, Josef. Nicht schlecht. GG. Dann, ja, Spielschulden sind Ehrenschulden, ne? Absolut. Gut, Leute. Ihr seht's. Die Challenge ist schwer. Ich glaube, wir machen die ein bisschen einfacher. Wir werden die jetzt nochmal mit Josef hier im Livestream spielen. Ansonsten soll das Dach hier für meine Folge gewesen sein. Ganz lieben Dank, Leute. Danke fürs Zusehen. Und danke auch an Josef, den Ehrenmann hier. Ciao, Leute.